Gibt es ein Weihnachtswunder im Hause Katzenberger? In der Vergangenheit hängt der Familiensägen bei Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser schief. Die beiden streiten, vertragen sich und entfolgen sich wieder. Zum diesjährigen Weihnachtsfest sind die Differenzen zwischen den beiden jedoch vergessen. Denn die zwei Schwestern verbringen gemeinsam Heiligabend. Auf Instagram kündigt die 30-Jährige vorher an, An Heiligabend kommen meine Mutter und Peter, Daniela und Lukas, die Tanten und Sophia. Auch Jennys Partner Steffen und ihr gemeinsamer Sohn Damian sind natürlich mit von der Partie. Und tatsächlich, es gibt eine Familienreunion unter dem Tannenbaum. Vor allem Mama ihres Kleinen freut sich über die Zusammenführung zum besinnlichen Fest und teilt einige Schnappschüsse von dem gemeinsamen Abend mit ihren Töchtern. Von Zoff fehlt auf diesen Aufnahmen auf jeden Fall jede Spur.